Hallo, alle miteinander, schön, dass ihr da seid. Ich möchte euch heute etwas Neues vorstellen und zwar diese Schwingungs-Heilkunde-Tropfen von der Firma Alpha und der August Weilhatter, ein besonderer Verein von mir, hat die in zehn Jahren Forschung erfunden, wie auch immer. Schwingungs-Heilkunde ist ja die Medizin der Zukunft und dem August Weilhatter ist da wirklich etwas gelungen und da bin ich rein zufällig draufgekommen. Ich habe es auch nicht recht geglaubt und im letzten Kurs haben wir dann einmal geschaut von der Schwingung her, von der Vitalität her, wie viel Vitalität ist da drin. Jetzt haben wir eine neutrale Schwingung und jetzt schaue ich mehr als 10%, mehr als 20%, mehr als 30%, mehr als 40%, mehr als 50%, mehr als 60%, mehr als 70%, mehr als 80%, mehr als 90%, mehr als 90%, mehr als 90%, mehr als 90%, mehr als 91% Vitalität, 92% Vitalität, 93%, 94%, zack, also 1,95% Vitalität und das ist natürlich auch der Hammer. Jetzt habe ich es ausprobiert mit einem normalen Brut, mit einem normalen Weizenmehl, wie viel Schwingung hat eigentlich, wie viel Vitalität ist in so einem Weizenmehl eigentlich drin. Mehr, also neutrale Schwingung, mehr als 10%, mehr als 20%, mehr als 30%, zack, steht schon. Wir wissen ja alle, ein Weizenmehl ist einfach nicht das Optimale, aber es schmeckt uns trotzdem. Jetzt tue ich da die Tropfen drauf und schaue mal, wie es die Schwingung hebt. Mehr als 10%, mehr als 20%, mehr als 30%, mehr als 40%, mehr als 50%, mehr als 51%, 52%, 53% Vitalität, 54%, 55%, zack, zack, also es hebt von 30% auf 55%, wenn es einen Tropfen in die Dorgänge geht sozusagen. Also hebt es die Schwingung wirklich schon auf über 50% und das tue ich dann schon. Jetzt habe ich da ein Bio-Weizenbrotmehl genommen. Schauen wir mal, ob Bio von vorne rein her schwingt. Neutral, neutrale Schwingung, mehr als 10%, mehr als 20%, mehr als 30%, mehr als 40%, mehr als 50%, mehr als 60%, zack. Also mehr als 51%, 52%, 53%, 54%, ist da schon Grundschwingung, Grundvitalität da, im Gegensatz zum Normalen. Jetzt tue ich das dazu. Mehr als 50%, mehr als 50%, mehr als 60%, mehr als 70%, mehr, zack. Also da bin ich jetzt schon erstaunt, dass erstens einmal Bio wirklich um so viel besser ist. Das hat mich schon erstaunt und mit den Tropfen sind wir dann auf 70% oder gut 70%. Also das zahlt sich wirklich aus, muss ich schon sagen. Also muss ich mir selber überlegen, was ich tue. Da habe ich jetzt ein ganz gutes, also für mich gutes, Megab von Young Living. Schauen wir mal, wie viel das hat. Mehr als 20%, mehr als 30%, mehr als 40%, mehr als 50%, mehr als 60%, mehr als 70%, mehr als 80%, mehr als 81%, 80%, 82%, 83%, 84%, 84%, also das ist schon einmal ein hervorragendes Produkt. Kann ich noch verbessern, wenn ich das zusammentue, wenn ich einen Tropfen rein tue. Mehr als 70%, mehr als 80%, mehr als 90%, mehr als 91%, 92%, 93%, 94%, 95%. Jetzt ist es so, das ist die Vitalität. Das heißt aber noch lange nicht, dass es für mich dann auch noch passt. Das heißt, ich brauche dann noch eine Zustimmung. Wenn ich jetzt zum Beispiel, wie wir es im Kurs gelernt haben, ein Produkt, dazwischen, die Einhandroute, da steht das Produkt, musst du auch vorstellen. Und wenn ich jetzt schaue, jetzt teste ich für mich. Und da habe ich auch eine gescheite Zustimmung. Das ist jetzt rein für mich getestet. Die Energie von meiner Hand in Verbindung zum Produkt sagt auch Ja. Und das heißt, bei den anderen Produkten auch nicht, dass das wirklich alles für alles passen muss, sondern das ist die Vitalitätsmessung. Die Zustimmungsmessung ist dann noch eine andere, ob es dann wirklich auch für mich passt. Aber wie gesagt, das lernt man bei mir in den Kurse. Jetzt halt da noch ein uraltes Make-up aus irgendeinem Drogeriemarkt. Und jetzt schaut mal, das nehme ich natürlich näher, aber das habe ich noch gefunden. Nur, dass ihr den Unterschied seht, mehr als 10% Vitalität, mehr als 20% und das steht schon. Jetzt schauen wir mal, wenn ich das miteinander nehme, ob wir noch etwas zusammenbringen. Mehr als 10%, mehr als 20%, mehr als 30%, mehr als 40%. Also von dem ganz alten Ding konnte ich noch auf 40% kommen. Es ist schon unwahrscheinlich, was die Tropfen, diese Schwingungsmedizin kann, wenn es wirklich gut erfunden ist oder wie auch immer. Also ich bin wirklich baff erstaunt und ich habe es im Kurs gesehen, da waren zwei ältere Damen und die waren schon etwas müde. Und dann habe ich auch zwei Tropfen unter die Zunge gegeben und sie waren sowas von fit. Aber das hat natürlich für die zwei gegolten. Ob das für andere auch so ist, muss man austesten. Und probieren kann man es auf alle Fälle, aber es ist auf alle Fälle, dass man wirklich ganz langsam beginnt. Ich bin jedenfalls sehr begeistert, ich wollte euch das einfach zeigen. Und großer Respekt an August Weilhardt und Firma Alpha, dass das so gelobt hat und dass das so funktioniert. Ich bin wirklich, wirklich happy über das. Und so wünsche ich euch alles Gute beim Probieren. Ich bin wirklich sehr begeistert. Untertitelung des ZDF, 2020